So, hallo, willkommen in der kleinen Garage, wo wir sichtbar nicht in der kleinen Garage sind, sondern wir sind da im Büro. Hinten der Rechner. Ich habe einen Filmschnipsel entdeckt, den ich letztes Jahr schon angefertigt habe, aber nie verwendet habe, weil er einfach zu langweilig ist. Ich habe mir den nochmal angeschaut und der ist aber so geil, der hat für mich so ein tolles Erlebnis gehabt und so eine schöne Erinnerung an diese Gegend dort in Bosnien-Herzegowina, dass ich den eigentlich jetzt doch bringen möchte. Schaut ihn euch an, er ist richtig langweilig, aber er hat ziemlich ein Feeling dabei. Am besten am Fernseher. Also viel Spaß beim Anschauen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020